Kommen jetzt bald Jukeboxen auf die Vivi App und wie groß könnte das ganze Musikthema wirklich werden? Darauf gehen wir ein. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall noch einige FAT-Themen nochmal nachträglich an und klären dort auf jeden Fall einzelne Punkte, die sehr, sehr wichtig sind, auch für die Vivi App. Das alles und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Erst einmal hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr eine schöne Weihnachtszeit mit euren Liebsten und der Familie hattet. Ich habe aber noch eine weitere Ankündigung und zwar nämlich für den Donnerstag um 20 Uhr deutscher Zeit. Und zwar werde ich nämlich hier live sein. Unter anderem werde ich euch ein Review geben, wie ich 2023 empfunden habe und euch nochmal so die Höhen und Tiefen aufzeigen. Unter anderem werde ich auch noch die DKMS Spendenaktion auslosen. Das heißt, wenn du dort mitgemacht hast, dann kannst du hier auf jeden Fall live mit dabei sein. Jetzt würde ich aber sagen, ich wünsche dir viel Spaß mit dem gesamten Video. Und ich würde sagen, stammtun wir dieses Video mit einer Drop-Erinnerung und zwar nämlich der Coca-Cola Automaten. Und zwar wird das Ganze nämlich morgen, das heißt am Donnerstag um 19 Uhr deutscher Zeit droppen. Ganz wichtig, nicht 17, sondern 19 Uhr morgen. Und wir schauen uns das Ganze nochmal an. Wir bekommen hier insgesamt vier Automaten, einmal aus 1980 als Ankammen. Hier mit einem Edition von 1980 Stück. Das Besondere und auch Wichtige hier, das Ganze kostet nur 20 Gems, das heißt es ist noch ziemlich, ziemlich günstig. Und wir werden uns gleich auch anschauen, warum ich persönlich auf jeden Fall diesen Drop mitnehmen werde. Das Ganze, wie gesagt, hier mit unterschiedlichen Editions aus unterschiedlichen Jahrzehnten. Hier 1950 mit 1550 Editions. Dann haben wir hier noch eine Ultra-Rare aus dem Jahre 1960. Und hier nur 960 Editions. Und dann kommen wir noch hier zum letzten aus dem Jahre 1970. Und es gibt hier nur 270 Editions. Was nochmal ganz wichtig ist, natürlich hier auch zu wissen, wie behält sich hier immer 90 Editions ein. Das heißt, wir reden hier insgesamt gerade mal von 180 Collectibles, die von diesem Automaten hier verfügbar sind aus dem Jahre 1970. Was natürlich schon extrem rare ist. Und ich persönlich finde, für 20 Gems ist das tatsächlich ein sehr akzeptabler Preis. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar nämlich The Daily for New Zealand Startups. Und hier war David Yu zu Gast und hat einige sehr spannende Punkte auch zum Thema Musik gebracht, die wir uns jetzt näher anschauen. Und zwar hat er hier nämlich in einem Absatz gesagt zu der Frage, was kommt als nächstes in Bezug zu Marken und zum geistigen Eigentum bzw. Lizenzen. Und dort hat er zum Beispiel gesagt, dass sie halt auf jeden Fall versuchen, hier auch das Thema Musik, aber auch die Kategorie Gaming auf jeden Fall im nächsten Jahr mehr mit einzubinden. Und er hat hier zum Beispiel ein sehr, sehr cooles Beispiel gelernt, dass zum Beispiel Jukeboxen kommen könnten und man dazu dann Vinylplatten braucht, die man dann sozusagen kaufen muss. Und diese Jukebox könnte ich mir jedenfalls vorstellen, ist dann for free bzw. könnte man tatsächlich auch in einem Auto nutzen. Das heißt, wenn man im VIVIRS rumfährt beispielsweise, dass man dann seine digitale CD oder Vinylplatte rausholen kann, die reinmachen kann und dann auch die Musik hören kann. Finde ich persönlich eine sehr, sehr coole Idee. Und wir wissen ja alle nicht so ganz, wo VIVI da genau hin möchte mit dem VIVIRS, was da noch alles kommen wird. Es ist natürlich sehr viel Spekulation da. Aber in der Hinsicht finde ich es sehr, sehr spannend zu betrachten, was das Ganze alles für Möglichkeiten bieten würde, wenn man dort seine eigene Musik im Prinzip besitzen könnte. Das Ganze wäre natürlich sehr viel attraktiver, hier auch mit Vinyl, Schallplatten beispielsweise, wenn man zum Beispiel hier im VIVIRS natürlich nicht darauf achten muss, ob das Ganze kaputt geht oder nicht. Von daher, ich bin es auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Entwicklung und es denke ich mal, wird auf jeden Fall ein Part im nächsten Jahr sein. Und ich bin sehr gespannt, was für Brands wir dann hier sehen werden, die mit VIVI bei diesen Themen zusammenarbeiten. Ich denke, es sind sehr, sehr große Firmen, wie zum Beispiel Sony, Apple Music könnte dabei sein oder natürlich auch Spotify. Ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt. Kommen wir zu einer Aussage, die von David Yu getroffen wurde und zwar nämlich in einem der letzten Livestreams bzw. Interviews. Und hier ging es unter anderem um eine Sache, warum Omi nicht auf Exchanges gelistet wird. Und dort hat er eine sehr kontroverse Aussage gebracht, dass es so ungefähr mehr an den Vatern liegt, warum das nicht kommen wird bzw. nicht gekommen ist. An sich muss man tatsächlich sagen, David Yu ist natürlich nicht muttersprachlich Englisch. Und dementsprechend kann ich auch von mir selber sagen, manchmal sagt man einfach im Englischen Dinge, die halt nicht so gemeint sind, wie man sie eigentlich sagen wollte. Von daher denke ich, dass es tatsächlich hier auf diese Situation zutrifft. Denn wenn man tatsächlich mal auf Binance schaut, dann findet man hier auch Coinlisting-Kriterium. Und dort findet man so in etwa das Ähnliche, was David Yu gesagt hat, aber natürlich in einer ganz anderen Formulierung. Und da muss ich einfach sagen, für mich persönlich ist das Thema gegessen. Ich denke nicht, dass David das so gemeint hat. Er ist natürlich auch, was das Thema angeht, ein bisschen emotionaler vielleicht, weil es natürlich auch seine Firma ist. Und natürlich, er wahrscheinlich auch das nicht gerade genießt, so viel Hater bzw. auch so viel Vater, um die Community zu haben. Nichtsdestotrotz bestätigt das auf jeden Fall auch so ein bisschen Davids Aussage. Natürlich rechtfertigt das aber natürlich nicht seine Aussage, wie er es gesagt hat. Da hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht, dass er das nochmal korrigiert hätte. Weil an sich ist es ja nicht eine ganz falsche Aussage. Aber ja, so ist auf jeden Fall der Stand der Dinge. Wollte ich auf jeden Fall nochmal geteilt haben zu meinem letzten Video. Ansonsten kommen wir zu einer weiteren sehr positiven Sache nochmal aus dem Interview, die ich persönlich überhört habe. Und zwar ging es da nämlich um eine Aussage von David nochmal zu dem Thema Börsen. Er hat nämlich hier angegeben, wir haben mehrere Bewerbungen bei erstklassigen internationalen Börsen eingereicht. Und das ist eigentlich genau das, was wir als Omi-Holder wollen. Von daher eine sehr gute Nachricht für mich auf jeden Fall auch für 2024 einfach. Und ich denke auch, dass wir jetzt im Jahr 2024 auf jeden Fall einiges mehr zum Omi-Token sehen werden. Ich werde dich natürlich hier auf dem Kanal auf dem Laufenden halten. Das war es an dieser Stelle mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Like von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche noch einen wunderschönen Morgenmittag oder Abend. Und bis dann, ihr Käpt'n. Ciao, ciao.